Dass wir eine Kapazität auf Gebiet von Windtechnik sind. So ist es. Er ist quasi der Erfinder von C-1974. Sie machen einen kleinen Ausflug auf Firmenkosten. Ja? Einen Tag hin, einen Tag zurück. Wie ein kleiner Urlaub. Und so, die Psy-State bauen. Azuchte! Fahren Sie da! Hören Sie an Randao, fahren Sie immer nach Bochow in Richtung. Hier im Wald lebt ein Geist, Herr Schmidtke. Jedes Gebirge hat so einen Geist. Menschen verschwinden nicht einfach, Herr Schmidtke. Oberst! Die Erde, auf der wir stehen, ist nicht so stabil, wie sie scheint zu sein. Und hier sind die Reparatur, Randal, Meer. Machen Sie Rekreation oder was? Die Erde, auf der wir stehen, ist ein Geist.